Hannes Münzer, 24, konnte bei Sharon Batiste, 30, nicht punkten. Bereits in Folge 5 musste er die Datings-Hodibach Elorette verlassen, ohne zuvor auch nur ein D-Jet mit der Schauspielerin gehabt zu haben, für den Polizisten damals eine große Enttäuschung. Mit ein wenig Abstand scheint es ihm jedoch im Nachhinein damit gut zu gehen. Denn wie Hannes jetzt in einem Interview verriet, ist Sharon eigentlich gar nicht sein Typ. Gegenüber Promeflash gab er zu, dass er sie dennoch gern weiter kennengelernt hätte. Auch wenn man gesagt hat, das ist eigentlich nicht mein Typ, hat man sich dann doch darein gesteigert, plauderte der Hamburger auf dem Event zum Zweijährigen von Nelly P.S.T. Brandt aus. Er hätte gern noch weiter an der Show teilgenommen, und sei von dem Rauswurf sehr enttäuscht gewesen. Aber im Nachhinein ist alles gut gelaufen. Ich war geknickt, aber mein Herz wurde nicht gebrochen, fügte der Hamburger hinzu. Schon als er die Sendung verlassen musste, wirkte Hannes sehr gefasst. Schade, dass es nicht gereicht hat. Ich wünsche dir alles Gute, verabschiedete er sich damals flüsternd von Sharon. Er habe sein Gesicht nicht verloren, und könne jetzt somit erhobenen Hauptes nach Hause gehen, verkündete er anschließend.